Willkommen zu meinem kleinen Sonntagskaffeekränzchen. Das Format ohne viel Blablabla und wir gleich loslegen. Und zwar heute werfen wir wieder mal mit ganz was ausgefallenem. Und zwar mit so riesengroßen Hufnägeln. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Schauen wir mal, ob das Spaß macht. Schauen wir mal, ob das anstrengend ist, weil ich mich 8000 mal bücken muss vielleicht, weil es nicht irgendwie in der Scheibe stecken bleibt. Werden wir gleich sehen. Ja, viel Spaß bei diesem Video. Ich muss euch das jetzt nochmal zeigen, auch wenn es nervig ist. Aber bevor einer sagt, das klappt nicht, das ist echt unglaublich. Ich stelle jetzt die Kamera hierher, damit man die Nägel sieht und dann machen wir vielleicht noch ein paar Zeitlupen, wo man sieht, wie die hier schön einschlagen. Ich muss euch das jetzt ebenso ein bisschen mehr System machen. ja liebe leute das war es mal wieder wer hätte gedacht dass man mit den teilen so präzise schmeißen kann war lustig hat mich gefreut dass ihr dabei war hinterlasst mir doch einen daumen nach oben schaut wieder rein besucht mich schaut euch die anderen videos an und hinterlasst total schlaue kommentare das wäre halt super ja kaufsgekloppt müsst mich nicht wegschmeißen einen wunderschönen sonntagnachmittag für zeug